Also ich muss sagen, ich bin ein leidenschaftlicher Zeitungsleser und früher immer BZ und BUNDURGELESEN und ich merke jetzt einfach, dass etwas fehlt, namentlich eben im Regionalen. Wir sind weniger gut abgedeckt in Bern und ich finde es sehr wichtig, dass sich Leute um die kleinen Geschichten kümmern und die interessieren mich halt auch.